Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Korbler-Projekt mit dabei, wie immer, der Swifty. Hallö, Schöpoböchen. Der Tatschi ist auch wieder mit von der Partie. Hallö. Und einen neuen haben wir dabei, der jetzt auch mal endlich soweit ist, dass er mitspielt mit uns. Und zwar der Silu. Aka Aki Sio. Ey, das räumt sich sogar. Ja, gut so. Begrüßung, genug von den Spacken gesehen, wir rennen de Zome und Tando weiter bei dem Mondauket haben. Wir rennen jetzt komplett auseinander an seine Baustelle. Wusel, 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 wusel. Ja, genau, ich baue erstmal mein Haus. Kurz an meinen Zuschauern, ich bin aus der Höhle rausgegangen, ich kann euch zeigen, wo ich rausgegangen bin. Ich war ja schon fast dort, ich war ja schon in der Erdschicht, von daher ist es nicht so fatal gewesen. Und wie immer gilt, wenn ihr wissen wollt, was zum Beispiel der Silu oder der Dutch macht oder der Eddy, alle Links zu allen Mitspielern stehen in der Videobeschreibung. Also einfach mal runtergehen, reinklicken und ihr könnt euch... Ach ja, bei mir gibt es jetzt auch den Shader, zwar ein Light Shader, aber es gibt einen Shader mit 2 GB RAM. Ähm, ja, mein Mainboard ist nämlich im Arsch, das wäre sonst mit dem Ultra gegangen, aber mein Mainboard ist im Popo. Ja, du musst mir unbedingt mal bei Gelegenheit erzählen, wie du das da reingehörigst hast. Äh, soll ich das jetzt tun? Power Rage! Also ich hab mir da so ein Arschloch-Aufweiterungs-Modul gekauft, da kann man sich das Arschloch richtig weit aufräumen auf 3 Meter. Und dann hab ich mir da das Mainboard einfach reingedrückt. Das war ein bisschen schmerzhaft, das ist genauso wie das Dehnen von Ohrlöchern gewesen irgendwie. Dieser Trend, das wird ja jetzt der neue Trend, dass man sich das Arschloch dehnt und dann das Mainboard einfach reintut. Den Fistinator 2000. Passt komischerweise zu dem Namen Swiftinator. Ja, genau. Ich benutze den auch ab und zu. Ja, das ist ein neuer Trend, den wir in der Korb besitzen. Ja, aber ich bin fertig damit. Wer den jetzt benutzen möchte, gerne, also ich geb den auch gerne weiter. Auch einfach mal in die Kommentare schreiben, wer den haben möchte. Die verlosen wir dann, Giveaway. Genau, den Fistinator 2000. Arbeitet ihr euch jetzt und ergattert ihn euch als einer der Ersten. So, Manuel. Hergestellt in der Swift Corp. Na, oben drin stand nur dabei. Oh, das macht er eigentlich. Die drin stand nur dabei. Ja, den muss ich mir merken. So, ich hab jetzt so viel Decken gemacht in den letzten Aufnahmen, jetzt mach ich mal Boden. Ich möchte ja die Abwechslung bieten. Ich wollte gerade sagen, was eine Abwechslung bitte. War es irgendwer für euch, wie für Rails, dass man Abstand zwischen den Powerrails machen kann? Dass Delore noch weiterfährt? Ja, das reicht, wenn du da, ich glaube, sieben machst. Sieben? Alle sieben Blöcke. Ich hab 18 Antriebsschienen, also Powerrails. Ich hab 60. Ja, wenn man's hat. Wer hat, der hat. Wer hat, der hat, ne? Also, dann machen wir das nochmal schön taktisch. Achso, da brauchen wir am Anfang. So ist sicher 4 auf ne Diamant. Komm, leck mir die Proberze. Oh, meine gedämpft Proberze. Oh, meine, meine gedämpft Proberze. Ja, so. Boah, der Shader ist so ein bisschen hell, ne? Also, das brennt ein bisschen auf den Augen, muss ich sagen. Aber es ist der... Oh, oh, oh. So, oh. Scheiße, da kommt ein Color Correction rüber, der das alles ein bisschen düsterer macht, ey. Oh, meine Augen, oh. So krass, wenn ich die ganze Zeit im Dunkeln war und dann auf einmal raus in die Zelle geht, dann ist es heftig. Du hast ja auch den Ultra. Ich hab nur den Light Shader gerade. Ja, der ist richtig, richtig, richtig bunt. Boah, super Sprung for the win. Ich hab mal ein paar Pilze mitgenommen. Wo kann man Pilze eigentlich platzieren? Fliegenpilze. Pilzkanzel, wo sie das platzieren, unter Bäumen oder so, oder? In deinem gedehnten Arsch. Ja, deinem gedehnten Arsch passt das auch rein. Ja, hat rein. Ja, was kann denn das heute wollen? Ich weiß nicht, ich hab auch nicht mehr viel Lust hier an dem Studio weiterzubauen, weil ich da... Ja, dann mach doch mal Abwechslung. Jetzt schon sein. Du kannst ja immer weiterbauen. Bei Aufnahmen dran bin. Ja, ey. Nee, no. Ich mach hier gleich eine Truhe, da knall ich das ganze Holz rein, was wir hier zum Bauen brauchen. Und dann könnte ich mein Haus mal weiterbauen. Ja, das wäre mein Vorschlag an dich gewesen. Meine Zuschauer? Nein, ich schon wieder, geh doch mal in eine Mine. Und da geh ich in eine Mine. Nein, nicht schon wieder. Ja, ich war eben schon in eine Mine. Oh, ey, das ist so knallebunt, ey. Scheiße. Aber das ist das einzigste, der einzigste Shader, der funktioniert. Auf meinem Rechner, also mit der Aufnahme zusammen, was so ein bisschen harmoniert, sag ich mal. Ich könnte natürlich hier mein, 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 die Bücherregale, meine Zauber-Eckee und weiterbauen, die hat das eine Idee. Da kann ich ein bisschen meine Höhnenzellen anstrengen. Oh, Clash-Quallen zu wieder. Ja, ja, aber das hat ich lange nicht mehr, muss ich schon sagen, so, ne? Nech? Boah, move, fly. Ganz cool mit dem erweiterten Sprunggedöns. Läuft. Tust, tust, tust. Regen. Sie haben Zuschauer, ey. Boah, regnet ja das draußen, kann das sein? Ja. Oh, ein bisschen. Was schön regnet. Silo kann auch mit dem Shader aufnehmen, stimmt der, der auch so ein Bomben-PC wie Eddie und Major. Hab ich das? Ja, hast du. Ja, hast du. Ein Bomben-PC, okay. Ey, Junge, wenn du jetzt nicht sagst, du hast kein Bomben-PC, ne? Dann komm ich, all mir nicht zu dir und bring dich um. Das ist ja eine Bomben-Idee, oder? Ja, aber vorher feiern wir nochmal ordentlich. Weiter, äh. Ah, ja, Zwifti kommt natürlich dann auch nochmal schnell rum. Ein Bomben-PC und bei mir läuft mit der Aufnahme. Den Shader-Mod hab ich bis jetzt noch nicht installiert. Ne, aber ich kann dir nach der Aufnahme zeigen, wie du es ganz schnell und easy machst. Für ganz doormen Menschen sogar. Dann kapiert es. Dann vielleicht beim zweiten Mal. Dann brauch ich nur zwei Anläufe. Genau, also ich hab wirklich eine Mega-Einführung gebraucht, für diesen verdammten Shader zu installieren. Was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen? Ja, ich hab das schon ordentlich genervt. Oha, ja. Ja, ja. Vor allen Dingen, bis ich ihn mal dazu hatte, einen Shader überhaupt zu bekommen. Das war ja easy, aber wie lange hab ich da angesessen? Nicht mal fünf Minuten und er war drin. Sieben, acht, neun, zehn. Oh, guck mal hier, ich muss mal die Käste leerräumen, meine ganzen Diamanten da raus. Käste? Käste. Briefkästen, ne? Ey, mein Briefkasten, cool. Ja, ist ein Briefkasten vor der Tür. Stimmt, Briefkasten. Das wollt ihr machen, ne Klingeln. Verdammte Axt noch. Richtig, das hat ich auch noch im Kopf gehabt. Ja? Hast du mal gesagt, irgendwas von der Klingel. Achso, ich hab gedacht, du wolltest auch ne Klingel machen. Schade. Warum sollst du ne Klingel machen? Keine Ahnung. Ich hab niemanden, der klingeln würde. Doch, ich würde ganz oft dran stehen. Kling, kling, kling. Dann würdest du wieder abbauen. Dann würdest du wieder abbauen. Scheiße. Oh, scheiße. Man macht schon Bock mit Shader zu spielen, auch wenn es der Low Shader ist. Wo die FPS ein bisschen reindrücken. Oh ja, ich hab den ganzen PC. Nein! Ich hab die Schalter kaputt gemacht, geil. Welche Schaltung hast du kaputt gemacht? Meine Schaltung hier. Für die Pisten. Was machen Sachen? Ja, was machen Sachen? So, jetzt machst du mir das erste Mal Eisen schaufeln. Da waren wir die ganzen. Ich brauch Repeater. Wie macht man nochmal Repeater? Scheiße. Repeater. Ich mach die ganze Zeit nur Blöcke, so Slappys und sowas, weil ich keine Ahnung vom Craften hab. Weil ich keine Mord dafür habe. Mir sagt, was ist dein Wort. Kannst du auch ein bisschen, ne? Ja. Eddie, weißt du, wie man Repeater craftet? Ja, unten Clean Stone 3, rechts und links in der Mitte, also rechts und links in Redstone Fackel und in der Mitte Redstone. Okay, dankeschön. Bitte schön. Wir brauchen keinen Craften Guide mehr, der Anfänger macht's. Ja, weiß ich auch nur, weil ich mir vor ein paar Folgen das Rezept rausgesucht hab. Okay, okay, lach bei dir. Ich hab mir jetzt den Arsch gerettet, sonst hätt ich auch mein Handy, die App, ne App runterladen müssen. Ja, ne App runterladen müssen. Ah, es gibt eine App. Ja, es gibt wirklich ne App. Ja, es gibt schon von jedem Scheißdrick gibt's ne App. Ja. Ja, ey, aber das ist von neben Treppen umtan. Bei mir gewesen, wer es jetzt tut. Wer es jetzt tut, so, ne? Ja, ich hab das Rezept schon wieder vergessen, also Fackeln. Unten Clean Stone. Ja, hab ich. Drei unten in der Länge. Ja, ja, hab ich. Rechts und links an den Ecken jeweils ne Redstone Fackel. Ja. Und in der Mitte, glaub ich, normales Redstone, oder? Boah, Gott, da hab ich nicht alles aufgerucht. Ja, dankeschön. Oh, du bist, du bist, oh. Ach, ich will jetzt nicht sagen Goldschatz, aber du bist... Mein Held! Ja. Schütze. Mein Gott, ey. Guck mal, da spielt man Minecraft schon seit der Alpha-Version, wo das nur... Äh, abdrückte. ...dau, verkackt man die leichtesten Rezepte schon. Ja, ja, der Klassiker. Klassiko. Oh, es wird dunkel. Mal gucken, ob ich Pennen gehen kann. Okay. Ja. Ist der dunkel? Oh, ist der dunkel. Dunkel, aber es wird jetzt wieder hell. So. Boah, Alter, man merkt es direkt dunkel, wird es ein bisschen grau und auf einmal warm, volle Scheiß Nintendo Grafik, ey, ich habe es crafting vergessen Ja, frag, 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 der hat die Antwort Nein, ich wollte mir Slappies machen, aber ich habe es vergessen Wenn ich aufgestanden bin, wenn ich morgens aufstehe, dann vergesse ich immer Slappies zu machen Achso, diese Ironie Was für eine Ironie? Ach, keine Ahnung Ich habe nie eine Ahnung, kann das sein? Irgendwann muss ich bei meinem Haus auch mal weiter machen Ja, das wird so richtig geil, dein Haus, das wird einer der geilsten Häuser, die es gibt Schleim, Schleim, nein In diesem Projekt wird es wirklich einer der geilsten, meins ist es nicht gelungen, finde ich Naja, aber so ist nicht schlecht Ja, aber es geht besser Kennen die die Comicserie Gargoyles noch, weißt du? Ja Ja Und die Burg, die da auf dem Hochhaus ist, ne? Nein, 59, nein Ja, genau das Du warst nicht ernsthaft vor... Doch, 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 doch Nein, doch, doch, ich habe ja nur ein paar hundert Folgen Zeit Weil dein, weil, hört sich jetzt komisch an, aber dein Penis hat mich dran erinnert Mein Penis? Ja, den hier aufs Schloss Achso, ich dachte, grüße Hä? Ja, dein Penis hat mich an das Schloss der Gargoyles erinnert Nein Aber so der Turm oben zum Ausslocken jedes Mal, damit, wenn es Nacht wird, dann nicht bei dem wir spawnen, ist schon cool So die Idee habe ich dann so weitergedacht Und ja, wäre schon cool Du kannst denken? Was ist das denn? Alter, krass Hab ich gegoogelt Freak Ah, cool Freak, er kann denken Oh mein Gott Ey, der macht doch ein bisschen unsympathisch Okay Oh, läuft Oh, sonst rein Oh, geil Ich werde braun Öl Meine Höhe Ich gehe immer Nein, braun Sonne Bausschlag von Meine Haut nicht gewohnt Jeder werde ich braun von Was kriegen Gamer für Hautkrankheiten, wenn sie einmal in der Sonne waren? Was? Was kriegen die einmal für Hautkrankheiten, wenn sie einmal in der Sonne waren Keine Ahnung Verblassung Ist ja der不管 her eingefallen oder hast du den nicht aufgeschrieben? Den den hat er auf einer Klotür gelesen Ja Ja Max Schicke sogar Redstone Ich war eben in der Mine Ich kann mir überlegen, aber ich glaube nicht. Ich brauche auch nur einen Moment, ich muss kurz zählen. Zurück. Hm. Drei. Drei. Aua. Aua. Komm, komm, wir machen einen kleinen Handel, ich gebe dir ein bisschen Eisen dafür. Mir oder dem anderen? Hm? Wem gibst du? Wer? Wer? Was? Wie? Ich gebe dir ein bisschen Eisen dafür. Ja passt. Ich habe ja meinen Tisch, Eddie. Ähm. In meinem Haus drinnen die rechte Kiste, also die Nehplatz in... In deinem Haus drinnen die rechte Kiste. Okay, das sind vier Sätze zu viel für mich. Ja. In deinem Haus drinnen die rechte Kiste. Aua. Welche dabei? Die obere oder die untere? Die untere. Da wo die Dias auch drinnen sind. Da kannst du nicht übersehen, das Redstone. Hä? Die rechte? An der linken Wand die rechte Kiste. Ach so. An der linken Wand die rechte Kiste, ja gut. Ach so, Wand. Ah. Irgendwas steht, wo man gegenlaufen kann. Im Kopf gegenlaufen und nicht mehr weiterkommen. Ja, Wand. Ah, Alter, wir haben gleich viele Diamanten. Wirklich? Wir haben beide 42. Okay. Gott sei Dank habe ich dir kein Dia mitgebracht. Scheiße, Alter. Ich wollte echt ein Dia mitnehmen. Für Redstone. Ich meine, hallo. Weran geht's nicht? Ja, ey. Na, die hat sich... Also Ressourcenhobby eigentlich. Naja, ihr wisst ja schon, wenn ihr in der Bäckerei Brot holt, dass ihr das mit Dias bezahlen müsst. Gleichen Wert. Oh, zu spät, ich habe es kostenlos rausgeholt. Ein Brot, ein Dia, ne? Ja, klar. Dann brauche ich lieber selber an, ey. Genau. So, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ey, droht es immer noch für laut und bleibt für laut. Also, für kostenlos. Für kostenlos, genau. Der, der den Ausflug laut nicht kennt. Ja. Also, ich kenne ihn. Gut. Umgangssprachig. Ja, gut, so umgangssprachig. Also, ich muss wahrscheinlich unter die Schienen nur Redstone-Dock weiter gepowert werden. Äh, du musst da neben eine Fackel stellen, du Redstone. Oder da unter. Also, unter den Block mit der Schiene drauf. Oh nein! Oh nein, bitte! Nein! Oh nein! Ohpala! Oh nein! Wie kacke! Och! Jetzt soll ich die Wand wieder aufmachen und irgendwie... Oh nö! Dann fliegen wir zurück. Das ist das Schöne daran. Wir haben ja die Abstimmung getroffen, die noch nicht hochgeladen ist. Und wir dürfen fliegen bis jetzt. Ja, genau. Bis die Abstimmung abgeschlossen ist. Das haben wir dann natürlich. Genau. Wer dann gewonnen haben. Natürlich wir! Weil ihr ja, ja, Schleimer seid. Da wir vorproduzieren, könnten die nächsten 35 Folgen immer wieder Flugfolgen kommen. Also, dass man fliegt. Flugfolgen. 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 Achtung! Aber also nicht fliegen, oder was? Weißt du, Schneeflug und so. Ja, man kann fliegen. Ja, im Moment schon. Also, es hat noch keiner gesagt, weil die folgen ja noch nicht. Unsinn. Also, die Umfrage noch nicht on ist. Und jetzt wird kritisiert. Nein, mach das nicht. Noch sind wir auch gar nicht geflogen in den voraus aufgenommenen. Doch, du einmal ganz kurz. Stimmt, ich einmal. Hat sich keiner beschwert. Hat auch keiner geliked. Hat auch keiner kommentiert. Oh, forever alone. Forever alone. Nicht mal Dominic liked deine Folgen. Ja, genau. Liken ja auch nicht jeden Scheiß. Ich schon. Verdammte. Oh, fuck, ey. Scheiße. Nein! Du hast noch zwei Redstone. Okay, ich geh jetzt in die Mine. Jetzt hab ich mich noch zu voll mit Schnurren. Ich hab noch einen Redstone. Alter, wie geil! Ey, das kann? Bitte, bitte. Nein. Doch! Geil! Wenn ich das so mache. Ach so. Ja, geil, alter. Bitte, bitte. Ja, geil! Hab ich Glück. Was baust du eigentlich? Gott, was du Redstone brauchst. Ich hab hier mein Enchant-Dingens noch mal erweitert. Mate hat es ja ausgebaut und ich hab's jetzt gemacht, dass es elektrisiert ist. Also mit Redstone ist das so schlecht. Okay. Ähm, weil sonst wär das ja draußen gewesen die ganze Zeit. Aber ich will ja, dass alles rausfährt und von daher, ähm... Jo. Läuft bei dir aber. Ja, für die Allgemeinheit, ne? Mhm. Hm?